geben und das ist mir auch möglich war viele sachen ausprobieren zu testen ich habe echt sehr sehr viele sachen ja gemacht wie zum beispiel tennis im verein gespielt ffussball im verein gespielt kegeln auch sehr erfolgreich leichtathlete schwimmen all die sachen habe ich ausprobiert und am ende bin ich dann eigentlich nur bei ffussball hängengeblieben fuck it right now pussy